so weiter geht es einen tag später für mich aber immer noch im geschehen irgendwie ist draußen irgendwie kracht deswegen gehen wir nach draußen wir sind schon draußen aber gehen wir noch weiter da draußen was los ist wer tun uns die aus den schlafstürzen borgi yoga naja ich erinnere mich du bleibst einfach rum okay ich weiß nicht hier jemanden das ist ja nicht aus gelade ja wir haben wegen unseren haben gefragt nicht was durch hier mit der story was da sind die namen das schicksal sind die größte alle begleiter jetzt alles breit dafür zu geben dass er der leute schon der als die nebenquests oder so vielleicht hat irgendwie so aufzeichnung von allen sind sag ich unseren sachen Waaah! kommt es einfach so nie die gegenleistung ich habe es natürlich wenn ich so eine solche Dreibebote habe... ich kann mich nicht klar sagen ich habe keine Worte, dass du nicht sicher bist ich habe dich erzählt, dass du ja auch schon gesagt hast das Menschen zu retten ist und das Heilige Geist dass du dich für dich selbst zu retten die Menschen zu retten, die sich damit zu retten das nicht zu haben, dass du denkst wieder action aber wir sagen wir fangen jetzt ja direkt damit ein bisschen ex stand wir haben ja wir haben ja cool angefangen wir haben ja durchkommt jetzt abschluss der gerade gerade da gehen und auch fortzusetzen also weil wir ja drin sind schon sagen warum kommt sie extra so eine meldung die pappen nun auch noch weiterspielen könnte man aber letztens mich noch letzten schon wieder gesagt so ich bin voll überrascht wir kriegen schon so schnell action und so nach einer stunde so wieder im üblichen rhythmus gegangen gelandet irgendwie stundenlang ja nur dialoge sind ich habe pause gemacht mit der story normalerweise dauerte eine art conquest pro gebiet immer so 56 kapitel ich glaube nicht dass es ein langer krankster wird vielleicht ein dreiminütiger kampf sein der rest wird als katzen sein wie willst du ja eigentlich anlösen hat sich das schuppert sich das ist das ist das ist das ist das ist das ist das normal ist die kreise 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 klar wird kreise 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 kre 겠습니다 kreise kreise kleta frühjy informieren jr ja ich mag ihre stimme nicht sie klingt die ganze zeit so gelangweiser okay dann machen wir das mal denn das ist klar noch johannin 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 abyss noch mal noch nix ein stil das sie kann er noch kein mädchen und die kohle noch so noch natürlich das kann ja jetzt die tue was auch da so kann ich mir sagen jetzt einen den unterstützung nützen okay wo war es mir los das ist ein heißer fallung hier truppen einsteller okay wenn ich hier der reislauf ballon ich brauche kein heißer verloren ich kann mich ja typieren jetzt aber aus meister abgrundkursion ok 20 echt ein bisschen gameplay haben ich glaube ich eigentlich dahinter portiert ist da schon oder okay wo ich sehe ja schon mal die zu blöden viecher ich helfe euch nach der unsichtbare band cool ich hatte auch so ein kranz ok mache muss ich euch retten ja ich glaube ich schnappe mir die es wäre ja sage ich euch wenn wir einen guten start hier aber ich habe den einen sowas von erledigt genauso muss das wieder beginnen gute arbeitsspiel okay doi das war ja das war ja das ist was ich das war ja wenn ich mich nicht mehr so was ich nicht mehr so sind wir nicht mehr so wenn du nicht mehr so ich habe nicht mehr so ich habe fünf fünf monster erledigt man es waren zu viel wir hatten einfach keine chance hunderte tausende wir machen hat schon keine sorge oder die macht ich habe Ja, mach ich nachschauen. noch qn kürzer wacke nie kann aber koko niedergleichsseln und schicken da sattig noch mal muss ich ja noch so tecone ja doch einfach so muss der element aktuelle anzahl von monstern 1040 gesamtsal der gefallenen die bau ist immer war koko an der wacke nie weiß ich muss ein hau-mikapierter hin und so wie auch setzter kuss dem rhein-nay-de-schocker arigato gozai-muss-kurr-de-tat-kai-ni-sen-nen-deck-muss naja wo bist du da bist du dass wir der ausgang nicht wirklich fünf gegner erkämpft er hat gemacht immer wieder zurück da muss ich hier nicht auf der karte nach wie ein ort okay hier sind die wächter anwesend sicherzustellen dass jene natürlich ausweiten abhängig davon ob sofort geschützt und gelassen werden kann oder nicht okay ja nehme ich an machen wir so oder es war wika jetzt auf die kämpfe sind unbekannt okay ich meine wir gehen hier aber die ausrufe zeichnen sind ja nun normal gegner sind das ein problem sind in den tendenten sind wir sind hier jetzt auch nichts irgendwo zeigen ich sehe nichts haben schon klar kommt schon klar kann man ja so macht das spiel doch mehr spaß also du hast was zum beschäftigt sein wenn es durch die gegend macht zeugs so hat auch viel mehr bock mehr hier von bitte woher leise wir gehen nicht auf mich los ich bin auch noch ja ja hey ja 20.000 alle von ungefähr drei vergeben ich glaube ihr werdet überleben kürzen bisschen die dialogen die zwei drei wählen von monstern die reinpacken dann wird das schon ein bisschen mehr sind machen sie zur nachkommenden baumkohlen bringen so 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 und halte ich mit dem boden wo ist er ok was geht da draußen ok ok geschaufe karton hier noch ein ort zu verstärken wenn sie auch gegner sich die erledigen dann ist kenne ich oder euro ist da einfach hin das wagen okay okay いきなりあんな数の魔物が現れるなんて 危ないところだったはいありがとう それに危険を帰りみずに助けてくれたこちらのお医者さんにも感謝しないと気にしない で当然のことをしたまでよ Wenn ich vielleicht beim letzten Gebiet auch noch mal ein bisschen durch die Gegend rumlaufen soll. Was ich? Das ist nicht so? Nein, ich bin nicht so. Nur ich habe mich nur interessiert, dass ich mich überraschend. Ich habe mich überraschend, dass ich mich überraschend. Ich weiß, dass ich nicht mehr so gehen kann. Aber ich kann nicht mehr machen. Ich werde das nicht tun. 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 gott oder ich hatte ich zum ersten mal hier dass ich nur sachen über aufträge in diesem gebiet abgeschlossen dass ich zum ersten mal irgendwie von nettlein gehört habe ich ehrlich gesagt gedacht so wird so läuft hier alles ab so im sinne von dass das land des krieges hier sind bestimmt überall irgendwie gegner sobald man hinkommt werden direkt irgendwie okay sobald wir hinkommen es wird irgendwie direkt keine ahnung kommst du direkt hier in den krieg rein und so ne ist wie leute hier sich bekämpfen sowie in zangonomi ja nicht sagen um ihr wart dazu in der soma wo die ja diesem bürgerkrieg hatten hier so habe ich mir irgendwie gedacht wird der ganze kontinent die ablaufen sobald ich mich hier sobald ich hier hinkomme ich kann auch gar nichts machen sich gerade da kann ich auch nichts machen ich glaube ich kann ich da integrieren ich glaube ich nur zehn ausrufe zeichnen nenne ja ok dann gehen wir mal das nächste sind okay gut dann tue ich aber jetzt nichts verpasst ich habe gedacht ich konnte mich auch da hinten hin wegen zu den ganzen leuten aber anscheinend nicht hat diesmal teleportiere ich mich gut ja okay die animation hier mit dem oliver toy den heißt auf ballon ist ein bisschen nervig die ganze zeit anzuschauen da war es irgendwie nicht gegen die fahrer kämpfen heute kurz angefangen habe zu aufzunehmen habe ich irgendwie man kann jetzt hier diese malten echos machen wo man hier mit level 90er charakteren für einige diese laufanimation freischalten somit somit die kira ja jetzt diese ausgerüstung es hat ja nicht ausgerüstet nur sieht man einfach nicht doch hier diese laufanimationen wenn man diese speziellen irgendwie sehe ich aber davon nichts warum zu und sehe ich ja nichts von voll sprich dazu machen also jedenfalls habe ich kippt habe ich gut schenkt weil sie davon gemacht welche super schwierig war irgendwie habe ich es geschafft da war ich einmal die waffe gewichtet dann ging es eigentlich ich habe das feuer elektro schwert hier aber ausgerüstet da ging es eigentlich okay jetzt mal ein bisschen nerviger der 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 dinger sind zu tränke schluss äh ein so kommen wir ja gar nicht mehr auf bisschen dick mehr kaputt haben stöckte den innen kann ja Ihr seid soldaten von kapital oder Gut gemacht weiter was ich nicht nur für mich. Ich will nicht nur für dich. Es ist ein bisschen ein Verständnis. Es ist ein Verständnis. Was ist das? Was ist das? Das ist doch so. Das ist doch so. Jetzt ist es sicher. Ich weiß nicht, dass es安全 ist. Wenn du da bist, dann gehen wir an. Dann werden wir in den Krieg kommen. Dann werden wir auch noch mehr安全 sein. Wenn du die Schmerzen zu tun hast, dann können wir die Schmerzen des Schmerzes. Ah, ich danke wirklich. Ich glaube, dass die Schmerzen sind. Das ist gut, was ich. alle leute da zu versammeln auf das gute idees dann für die impfung sassi hat gesagt okay irgendwann in der nähe mehr irgendwie nichts mehr so jetzt ja kampf effekt das kann ich so leiden je nachdem wo man hingeht kann dann verschiedene sachen passieren nein verteidigung des knoppunktes wenn sofort wir die animation skippen aber wenn ich wollte ich gerade hier wenn man noch gariert da ist ein neuerlose leute wenn die tür aufgestellt weg damit so runter aber nicht ja schon so schnell also müssen wir die story von genschen machen müssen wir action und wieder hier reinschütten jetzt nicht irgendwie fünf stunden lang dialoge aber das spiel auf spaß ich verstehe schon direkt da da sind wir weiter immer weiter oder einmal gott kamera das ist die abgut so eine merkwürdige also lasst uns das ist einfach ja durch da ja Die mehr wir sind, desto besser. Aber ich habe mich nicht mehr so interessiert. Was ist das Gerät? Ich habe mich nicht mehr so interessiert. Ich habe mich nicht mehr so interessiert. Du bist so interessiert. Moment! Ich denke, es ist nur eine gute Meinung. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Aber das ist nicht nur ein Schmerz. Ich habe auch oft die meisten Menschen in der外ien. Ich habe auch schon einen Schmerz mit dabei. Und dass ich die Kage-Kage-Kage mit dabei bin. Ich habe noch einmal ein paar Sachen in der ganzen Welt. Wenn ich das mit dem Mann, dann muss ich die Kage-Kage-Kage sein. Das ist das. Ich habe mich mit einem Geh-Kage-Kage-Kage-Kage geflogen. Ich habe mich mit dem Geh-Kage-Kage-Kage-Kage-Kage. Ich habe mich mit denen hierher Geh-Kage-Kage-Kage-Kage das. Ich habe es nicht mehr so viel geholfen, sondern bis heute schon zurückkommen zu müssen. Das ist eine große Herausforderung, aber das ist eine große Herausforderung. Ich habe es nicht so viel geholfen, aber wenn ich da ein Kind immer noch nicht so viel goes, Ich habe es nicht so viel Angst, aber ich habe es nicht so viel Angst. Ich glaube, das ist zu verabschieden, das ist alles sehr schön. Sie haben nur eine große Gefahr, der Wettbewerke. irgendwie traue ich nicht so ganz ehrlich wenn wir eine pause anlegen können wir immer noch helfen ich will aber nicht hier treiben mich fertig hier noch leute irgendwie zum helfen da 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 Ich bin kein Problem. Oh, du hast auch schon wieder geschafft. Ja, aber Dago hat mich, nachdem ich hier geholfen, hat er sofort in die nächste Zeit gebracht. Es ist für dich, dass wir auch die Krankenhäuser in der Sprache verleihen können. Das war wirklich gut. ok daraus vom meister der file fans die sieben dass mich auf der bank du bist schon wieder ges Hue haben wir wieder um so 's okay ok jetzt war es bei ja was verlangen wir mein schwert auf mein rücken wie so positionieren damit ich mich hinsetzen kann und wir uns aus ok ok wo ist das also kio na 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 ich habe klick und ich musste es 54 prozent ich muss das ding erledigen da ich kann das ding ja nicht angesehen mit seinen fähigkeiten oder ich meine auf das ding los immer wieder ich habe das ding alles klar direkt von musik die musik er nämlich irgendwie von detective konne der 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 die musik ein hat mich das lied irgendwie bei den form aktiviert ich kann öfter machen okay dann nenne ich meine invasion ja ja hier glaube ich dass die leute in gefahr sind wenn er immer wieder gegner kommen weil ich bin fünf gegner oder so sind da okc bei dem werden schon ein prototyp mal als waffe genau da genau hat habe ich mir gedacht ja okay hier das könnte vielleicht ein bisschen gefährlicher sein weil sie genauso habe ich mir netland vorgestellt aber geil na 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 irgendwo kommen das geil von herr der ringe ja 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 Ich weiß nicht, wie er es ist. Was ist das Ergebnis? Mabika ist noch zu sehen. hat sie doch das ding benutzt die totale imersion von netland genau so habe ich mir vorgestellt bevor wir hier angekommen sind so wie das hier aussieht und die weltkarte hat sich mal verändert das erste mal hat die weltkarte sich ein bisschen verändert ich weiß wir sind hier in dem jetzt noch mal möglicherweise wirst du kleine teil der handlung noch mal zu erleben wenn du ihn muss lässt ihn neu betritts möchte ihn verlassen also wie in hong kai wie man hier separat irgendwie erst einmal hat sich irgendwie die die weltkarte irgendwie so verändert hier die oberwelt weil sie sich hier die ganze einfach wenn wir mich hier die ganze angezeigt also das ding was gerade bekommen haben dieser spiegel wahrscheinlich okay das heißt charakterien ich weiß es nicht okay naja man die schon hier voll nach endgame und sobald alles aus also ich will mal sagen wir gehen hier hin oder dahin schon ein bisschen krasse gerade okay wenn monster typen wandert weil ich jetzt jetzt macht spaß es ist geil wir verlange ich doch nicht mehr hier von da kommen wir ja leute jetzt ist die gefahr schon so ein bisschen mehr so spürbar finde ich sie schon auch das konnte der finale seien irgendwie geht ja nicht oder ich habe mich an der land nach vier akten ja schon auch ich dachte man ultimate schon fertig ist glaube ich nicht neue monster abgrund imitator die gestalt von monstern ja nehmen wir hatten die dinger hier die ganze zeit aber zum der du bist hat da kann ich unterfallen oder natürlich auch schon im finalen dann ist nur irgendwie so was du bist neu ich hatte kampf noch neu beginnt die gegner eigentlich ja 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 es ist keine katastrophe das krieg ok da gehen wir da klein wir sind der arena wohnen an der arena mann aktivität abgrund sehr stark wusste elemente beschädigt gefallene 534 okay ja schon ich von der macht es abgrund seien genommen kein leben vermag hier zu überdauern und niemand mag es sich zu mir krass ja war ein wenn das noch nicht das ende ist wir wollen wir hatten ja wir wollen die hat denn hier so hier pausieren irgendwie alle tot und normalerweise wird nach jeder je nach jeder nach jedem update des spiels reicht mir immer so ein punkt so alles hat wieder normalisieren ja und dann geht es erst wieder weiter zum ersten mal so mitten in der action pausieren und dann so warten aber ziemlich krass es ist noch eine einzelne person überlebt noch mehr im gegner marsch also habe ich mir den person vorstellt dass er glaube ich immer so zu vielen gegnern spüre richtig die gefahr das gericht vorgestoßen das folge daneben ich bin schwer so blöden zu er nimmt kein schaden ja bei dem sein blödes ding ja da ist da kann man kaputt machen ehrlich ein gott ich weiß ich will sich hier fall 15 15 spielen ja wenn man die welt des ruins hier betritt jetzt zehn jahre vergangen sind hat er schon wieder sein blödes schild aktiviert und ich kann ihn wieder nicht beschädigen naja hat er gemacht er wird er wird er wird wer du verweist ich jetzt wieder nein nein er hat jetzt mit einer pete doch seinen blöden schild aktiviert macht den schild nach überlebenden eine menge leute sterben die werden wahrscheinlich alle wiederbelebt flashbacks aus der rote die leute die alle tot bleiben weil sonst ganz schön krass dann kann man ja die leute wiederbeleben das so 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 Das ist gefährlich! Das ist gefährlich. Ich weiß es, dass ich hier rauskomme. Das alles auch. Du hast... was... Du kannst du einen Bewerb? Ich habe schon nicht gewonnen, aber ich habe einen einfachen Schwer im dritten. Ich hatte schon seit Jahren einen Mann für die Geist-Lehrer. Ich hatte keine gute Schweren. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich diese Körper ein wenig kennenzulernen kann. Ich habe noch ein paar Zip-Tisch. Ich habe mich überzeugt. Das ist das, was ich für mich, dass ich mich nicht mehr in den Schlechern sterben kann. Ich habe mich auch nicht mehr in die Macht, sondern ich habe mich auch nicht mehr in die Macht. Aber was ich noch nicht? Äh, ein anderes. auf einmal bekommen wir dann nann ja Ich würde mich für viele Menschen helfen. Ich habe einen Grund dafür, dass ich mich nicht auswählen kann. Dann können wir uns den Weg zu sehen. Ich habe noch keine Wälder. Vielen Dank. Ich helfe dir. Ich denke, ich fühle mich an, dass ich mich verletzt habe. Ich würde mich nicht mehr leben. Ich würde mich nicht verlieren. er sei einfach vorsichtig okay ich hoffe karte nach sie noch was lebt ihr noch also gott so wo noch hier unten denn da war anscheinend nicht gehen wir da mit schwägen sind wölfe kämpfen aber keine dialoge dann erledigt da muss ich das wohl allein machen kein ding da haben wir sowieso nicht so eine große bachstatt für da hat man seine gegner ja noch Es ist noch ein Gegner. Geht direkt weiter, warte mal, da ist irgendetwas, oder? Jetzt sollte jeden die höchstpersicht, die zum letzten Augenblick gekauft haben. Irgendwie nicht, dann ist echt nichts schwer beschädigt, Heft, Anzahl der aufgelösenden Ereignisse. Geht hier noch eine ganze Weile weiter, mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Darf ich auch mitmachen? Das sieht so lustig aus. Ja, ich möchte dich hier erleben. Wie war ich da, ne? Da komm mal. Ja, das ist ja der Parkett auf die Birne geworfen. Oh nein, mein Gewäch. Und ob das Ding, ja, glaube ich, weil ich auch wieder getroffen habe. Ja. Wie ich erwarte dagegen gescheiden. Ja, er ging kaputt. ja ich kann die dinge nicht nein ich denke war ganz aber auf einer dinge anzusuchen nein ich da ausfallen für so eine situation irgendwie jetzt witzig gewesen wenn die materie kommen wer versammelt ich bin nein nicht 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 Das war's für mich. ich weiß nicht was das bedeutet hand auf die post okay sie werden um vier personen stärker werden was ist das was das was passiert diese sommer hat spieler tausendmal mehr spaß hier passiert mal was hier dinge sind in bewegung ich setze jetzt hier nicht die ganze zeit fünf stunden lang musik war ein bisschen leute ausgerät haben die ganze zeit und auch viel mehr bock wenn ihr was passiert ich bin ich nicht habe ich auch viel mehr zu erzählen und sitzt jetzt die ganze zeit gucken wir einen film an ein stink langweiligen film wo nur geredet wird und auch viel mehr bock so weil sie ja los ich glaube und machen wir sagen die monster ja das spieler schon tausend mal mehr spaß ja aber zeigt dass wir so nah wie man beschreibt was was wenn ich im tier mit hier wird vernünftigen karakteren eingehen würde wir kennen wir so schnell so schnell erledigt so gibt mir informationen vielleicht aber dinge wie erledigen aktiviert jetzt ab und schrecklich muss die elemente kaotisch die anzahl monster ist hochgang und die anzahl der gefeilten ja echt wir können jetzt machen so verstehen apokalypse wo jetzt muss ich mit dem wahrscheinlich wichtig und man ist ja noch irgendwo so ein feuer kann ich das hier aufladen nirgendwo ok wenn die war die den himmel verschiedene verzweiflung hinkert das wie enkonomie er seine untergrund ort hiervon vom water zu mit sowas endgame aussehen da wäre doch geil wenn du einfach so zwischen weltkarte und irgendwie story karte irgendwie so umschalten könntest ne so wenig fans die 15 da kann es ja auch irgendwie die zeit zurückdrehen und irgendwie zu dem punkt zurückgehen bevor die welt untergegangen ist mehr oder weniger um nachher ganze neben zeug zu machen um das bevor hat spiel durchzuspielen so müssen wir den genschen machen so alles genau voneinander trennen hast du zwei weltkarten eines da wo du dich gerade in der story drin befindet und die eine ist irgendwie noch so davor damit du weiter erkunden kannst und soweit alles ne weil die fans 15 mal also irgendwann so einen punkt erreicht da musst du irgendwie irgendwann weiter in der story machen aber du konntest jederzeit zu dem punkt zurückgeben bevor du diesen punkt der ohne wiederkehr erreicht hast um halt noch weiter zu questen und soweit alles ne da konnte sie jederzeit wieder zurückgehen wo du letztens aufgehört hat um die story weiter zu machen an dem punkt wo aufgehört hat so müssen die hat machen also nicht so schwer dann sagt mir nicht die können wir schaffen weil fans die 15 ist älter als dieses spiel oder nur motor nur von square nix gemacht ne power häuser und ist auch nicht so als wäre es irgendwie square nix erfolgreichste serie oder so und daher so bitte euch ja ihr seht es ein bisschen tot aus ich habe so sehr das gefühl dass die leute alle wieder belebt werden hier durch mal wie kia oder so autos sie dadurch dann sterben in dem sie irgendwie ihr göttliches herz oder irgendwie so etwas opfert und irgendwie ihr leben um alle wieder wieder zu beleben ich habe so irgendwie so pain arc rückblicke nur für so läuft dann irgendwie ab kann ich sorge für da wollen wir nicht da landen wir sind einfach nur vorbeigelaufen um zu sehen alle tot sind nämlich an aber man also das ist eine coole atmosphäre hier gerade ich liebe es wenn die weltkarte hier so verändert wird weil fans sie hat das aufgemacht das ist ein bisschen zu zuversichtlich ich habe mich ja wie die hat irgendwann in spoiler nämlich an für feine fans die sieben rebirth ich habe mich wieder irgendwann im feine fans die sieben in dem remake machen werden weil da passiert auch irgendwie was was so ein bisschen so ein einfluss auf die weltkarte irgendwann hat weiß nicht ob das schon angedeutet wird bald am ende von feine fans die sieben rebirth oder so ist noch ein bisschen weit entfernt in der story ich frage mich wie die hat durchsetzen werden wird wird auch ziemlich cool weil wenn sie sechs hat auch irgendwie die weltkarte geändert nachdem ja die welt zerstört hat hat sich die gesamte weltkarte hier von diesen grünen und diesen grünen üppigen ort in diese dieses tote land verwandelt er war richtig geil aber ich muss mal unbedingt feine fans die sechs plänen und spaß machen also welche leute wie geht sie stets schwer die blumen ja nicht kaputt machen leute leben ja ist der mazda mazda ok da gibt es diese automarkt überhaupt noch dass der automarkt oder der mazda ich hatte überhaupt noch schon so lange nicht mehr gehört im namen ich war warum sollte sie nicht geben ich habe ich halt noch nicht mit autos aus ok gott wenn ich hier mit meinem eigenen charakter eingehen würde ich folgt hoch trainiert habe und so was als talenten und so was alles haben wenn die gegner so schnell kaputt okay 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 immer nachdem wir das alles durchgespielt haben die weltkarte sich dauerhaft verändern würde da wäre doch so geil aber ich glaube ich dass das hier irgendwie wird der tiere resolvieren ich weiß sowas von dafür wenn nachdem er die story abgeschlossen haben als dunkel bleibt oder so aber so cool und genshin hat er schon mal gemacht in sommer oder gibt es ja diesen riesigen baum denn gab es vorher auch noch nicht aber nach dem die quest hier die weltkirche abgeschlossen hat dann sieht man diesen riesigen baum diese pyramide in sommer als spiel hat es ja in sich irgendwie so die weltkarte so ein bisschen zu verändern wenn man bestimmten punkt erreicht hat ja man gibt es nicht regeln die wir uns kommen müssen sagen wir diese dunkle musste monstrosität nicht besiegt haben so auf einen haufen können die kinder der ist echt tatsächlich zu ziel scheibe werden naja deswegen weil man so begleitet mich immer aber zum wenn du gehst dann werde ich auch gerne so bleibt mich doch immer kann man ich bin noch nie von der weg da gibt es schon wieder nicht so ein ding zum aufladen oder dahinten ich sage jetzt auch seit des streets damit da da kinder echos des echos noch mal oder denn china und zelonen war leute da natürlich sitzt hier so ein ding ist klar lebt er noch hallo hatte wir von der situation überwand man hat die waffe diese auch hatte ich ausgerüstet hatte wir sind bereits auf einige von ihnen gestoßen da spielen wir sie genau war der sperren er sie hat den anderen sperrer glaube ich wir sind doch los wenn ich nicht am liebsten hätte ich dieses schwert für und da war weg das kann ich wie sie funktioniert er hat wieder abbrechen schon wieder so einer ich kenne jetzt wieder ewig bisschen sein links erledigen und dauert dazu lange nicht sehen sein links erledigen schaden sie macht naja da kann schon wieder sein links die erdinger wie eine sekunde oder so weiß nicht genau wie sie funktioniert ja ja nein wir stehen auf bevor du einen nächsten schiff da wer wer hat ihn gott mit einer pia sein links gerufen hätte sein schild was sind wir los machen du hast ja ein gegner jetzt hätte ich mit einem gegner gekloppt da hätte ich schon wieder ich liebe es passiert so viel der dd machen ja wie macht ihr den meisten schaden ich mache sie voll weggenommen sobald der kampf nicht mal eine sekunde ist der kampf vorbei sie wird mir direkt wieder entzogen ein sendes ganze charaktere und story mission als probe spielen die werden ja nicht entzogen hat sie immer wieder spielen ich habe nicht allein aber ich könnte jederzeit die story mission spielen wenn ich sie spielen möchte hier die mission vorbei weg lassen kann keine menschen nie mehr okay ziemlich über das alles aus land des krieges abis 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 internaht ich genauso das bedeutet dass ich sogar leite wir sollten gehen ich sage dann was da los gar nichts okay japanische stimme erinnert mich irgendwie an kliess englische stimme die käme da drin haben ist ja nicht irgendwie gesehen aber da bin ich mal so parodiert irgendwie ich dachte mal rassistisch ist also leute mit afro irgendwie so afro käme da drin stecken haben wenn rassistischer stereotip oder so wir wissen so blumen fehler klar hier sehen das wetten ist es wert blumen fehler klar haben aber da schon mal ist das denn hat schon wieder so einer china ist japanische stimme klingt irgendwie die englische stimme von klee irgendwie ich mag klee's englische stimme wenn ich so klee klee's englische stimme klingt ein bisschen zu sehr wie eine wie eine frau die versucht wie ein kleines kind zu klingen all right let's go we're gonna go and have some fun das war nicht mal annähernd nach wie sie klingt aber irgendwie kanal klee's englische stimme klingt irgendwie so ich meine es ja ganz ein deutscher die nicht von einem echten kind gesprochen wie er da war klingt ein bisschen zu sehr nach mir nach der frau die irgendwie 20 oder 30 die versuche mit kinderstimme zu machen aber irgendwie noch die so gefallen ich muss noch mal erledigen ja nein ich muss gedrückt halten kann ruhig helfen wenn er wollte kann ruhig helfen wir der bock halten so viel aus ich habe schon gerade gesehen ich habe ja Oh, ich werde es! Wie ist das, Quick? Es ist es leicht, oder? Quick? Quick? das klingt wie ich werde sterben rede na ma 気 よね 私たち くりで 違いなんてあんまりないのに だから クイック 今は喋るな競技場はすぐそこだを打ってく abyss の新職はもう浄化できた ちゃんと休めばきっと治る あたしって いつもお姉ちゃん ブレーキをかけちゃ 焦らないで もっとゆっくりでいいって だって お姉ちゃんが危険な目に遭うのも トラブルに巻き込まれるのも 嫌だったから 心配しすぎなんじゃないかって ずっと思ってたわ けど 今考えると お姉ちゃんのことを よく理解していなかった ただ アビスに侵食されても お姉ちゃんが生きていられるのは奇跡なの けど その副作用で お姉ちゃんの心は 永遠に 静まることがない 家族になれたのもまた 一つの奇跡よ でも あたしの心配も同じく お姉ちゃんの心を 絶えずざわつかせてたわよね 違う そんなことない そんなわけあるはずないだろ クイクがくれた愛情も 父さんと母さんがくれた愛情も どれも分かってた 本心では仲良くしたかったんだ すまない まだ時間が必要なんだ いい方法を見つけてみせる だから だから そんなこと言わないでくれ 謝る必要なんてないわ だって お姉ちゃんは何にも悪くないもの というより 誰も悪くない ただ 偶然の巡り合わせで 悪い結果が生まれただけ あたし もう分かったの だから 今回は止めたりしないわ お姉ちゃん 前へ 走って もっと早く もっと高く 誰よりも強い ククリュウみたいに かよくのつどいで 最も勇ましい戦士になって それこそが あたしの誇る お姉ちゃんの姿よ くっ 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 man nein jetzt wird sie auch dadurch sie hat also irgendwie sowas unstabiles in sich oder geben wir etwas woher werden sie sich erholt was war das gerade für foreshadowing wahrscheinlich mochte sie eigentlich schatzgeist gelungen sie zu binden immer geauft hat ich möchte sie eigentlich wie gesagt ich glaube ich alle glaube dass die leute tot bleiben wir auch eine von den sie nicht vorher schon sie 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 mich an alle kümmern und wer nie war die drei niederlokatokie monge hat so noch kota in naja die mokale akashita yorka muss den ein kräftig nur noch kräftig aber die 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 du bist von vor 500 jahre ich dachte sie war schon eine von diesen kriegerin und gemeinsam mit schatzka zurück zur arena ist es da sicherer ja Das war's für mich. Nicht wahr, Jasca. Nein... Ich habe mich der Angst, dass ich nicht nur von mir war. Die Quirk hat mich bestellt. Und... anna koha eh nie watsch noch kohlen oder naka no a you tonalimast quick nokita in die kata die seo mu da nicht sie nicht damit immer ist so die maschow engine summer konno senso oder seo normal ein okay versammlung werden ja es haben wir alle wir waren schon am ende so ende ende finale ende 79 prozent kann ich sein wenn ich jetzt hier im weg finden würde ich den weg jetzt finden würde sagen wir jetzt nicht den weg an wo ich hin muss okay das über alle jahre nein 皆 準備はいいか 我れわれは今 悲惨な戦争に身を置いている 勝利をこの手につかまうとする意思を私に見せてくれ 犠牲をなくし 苦痛を経つため きなつきる前に睡席で歯をとぎ 小さき明かりを残って jetzt hier wieder alles ich habe mir ein cooler item in der gold Hmm... Die Hechte des Gehalts der Gehaltsstelle der Sagen, die die eigentliche Star-Leftschenkern in der Welt zu bieten. Es ist wie die Schmerzen, die ich am besten zu bewegen. Das ist alles, dass du aus dem Tod der Gehäufer gebeten hast, dass du dich auf dem Gehäufer betest und dass du dich, wie du meinen Gehäufer betest und dass du dich, den Schmerz und Unsinn, durch den Ruhm und den Barsch. Ich bin jetzt ein Koffer und den Hückel, und ich bin jetzt das, was du für die Frieden-Lösung, und dass du, was du, was du für das Allmöfer, was du für die Gehäufer, ver müsstest. Ich bin nur die letzte Sache. das ist dann dreht durch leute ja da petto es ja Das ist klar. von nun an wir sind zu spät schon wieder so langweil wir sind Vielen Dank. Ich bin es für ein Wettbewerb. Ich bin es für ein Wettbewerb. Ich bin es für mich. Und ich bin es für mich, Kuhik, wie ich erinnere, ich glaube an dich ich habe geschlossen was wir stein ist auch schon wieder so einer wie man dieses eine ding da im himmel irgendwo ich habe richtig geile was passiert mein meister ich kann jetzt auch nicht mehr sterben wird man nicht riskieren wir nehmen ganz schön viel schaden sich gerade ich habe ja ich will auch sehen die kameran warum ist das ding jetzt auch mal kaputt da oben ist es ja wie geht's ich hatte den kaputt waren jetzt nähe sie ja kaputt manne auch wieder hilf mir da ist man martin hat naja ich kann nicht angreifen auf das ding auf das ding und ich fühle mich jetzt mit ende von dragon age spielen ich kann mich weil ich also weg steige den see im pfad ich habe ich habe ich habe ich habe Ja. jetzt miteinander reden jetzt wir haben wir noch zu unseren disco channel ich habe ich nichts ja ich muss einfach nur in der nähe bleiben glaube ich ne man hat den kaputt hier bitte frau ich schon irgendwann umlaufen ja da ist richtig geil jetzt gerade so muss das spiel richtig bock da hat er ein zehn und zehn fahrt ja ja jetzt ja mal los aber dann sieht man den baum von samero ko ko ich kann mir nicht vorstellen dass er schon ein ende von netland ist wenn er so viele charaktere noch nicht in der gatsche aufgetaucht über getroffen haben weil ich sei dass wir schon am ende sind ja ja es ist zeit sparen ja auch der kreis auf der gesehen mit der stadt kommen hersteller aktivität ist ab und stark okay insgesamt gefallen ja okay mag ich mein bild allerdings an ich bin auch hier 特に酷いとか 僕も今むかっているところ 必要ない 1 oh どうにか誰かを殴りたかったな hey я慢してたかわかるか he's up Das stimmt. dann hätten das ding dann nicht falsch hat wir jetzt einfach hier so ein victor lab einfach so haben das geht gut nein das war erstmal erledigen lieber alle erledigen bevor wir uns hier wieder versammeln er hat vor den lauf okay ich habe schon gegner er macht die bitte fertig ja bernard dahl bernard mache ich alle platz das ist immer die sache mit ganschen im pack spielt die ganzen anderen hauptsache mission und dann die allerletzten die haben es dann immer voll in sich müssen müssen wir die ganze zeit so sein bürger an die stadt die ganze zeit nach jedem update wie so ein geiles ende wenigstens etwas action ja macht ihr alle platz ich weiß dass einer gestorben von uns wirklich kann doch gar nicht mehr sterben ich habe jetzt aber die eine übrig wenn man so wird denn da gerade angezogen mein gott ist feuer macht so viel schaden das passiert jetzt es bleibt hat viel zu gut ja Oh, 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 oh. warum haben wir es nicht früher gemacht so ganz nebenbei ok sehr cool das war in seiner ist dass ich da gerade aufgetan hat wir haben alle melden hier gefunden wir haben den abgrund verscheucht bleiben da noch übrig dann so war man da kann sie nie erwarten abyss war kräfte oder so noch so kürz ja da minokuni juli mofkaki basso eto schilder oder dacke da 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 noch sende koana dory tatakai joshika geta jetzler vielleicht durch das in zwei partie einteilen sind einfach viel zu coole sachen passiert wenn ich vielleicht einmal da habe ich in zwei parts da ist dieser ich komme mit ich kann das so so ich meine einige leute sind hier wirklich gestorben am ende werden wir alle wieder gelebt ganz am ende bin ich halt nicht gewohnt von gentschen wir stimmen voll wenig leute noch keiner sterben leute links und rechts aber hier irgendwie nicht so blaseignore irgendwie die einzige gestorben ist natürlich nicht nur noch hp waren hier kohen herzuh also die die um d ich glaube ich soll dabei echt hier sind zwei parts einteilen doch wir haben gerade freitag welchen ein paar am samstag in ein paar am samstag den ein paar am sonntag hier hochladen weil wir sind einfach viel zu viele verschiedene sachen passiert ich habe ja auch passenden schnitt gemacht dazwischen besser wir sind jetzt gleich wieder vier stunden so eine vier stündigen part so so hat so so okay 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 Das ist ja los. auch nachkommen der baumkuh und der kollektiv dafür ja der westen mit dem rest von land noch die ganzen werden nur noch die anderen drei stämme nicht getroffen wenn die gar nicht mehr story involviert also wie sich so ein nerd will ja der pürer schon jetzt hier erinnert dieses reich der finsternis reingehen sehen wir doch als wir von der land ich glaube es geht lale rauskommt da dauert noch ewigkeiten weil sie wird ja voll spät hier vor siebel liest wurde oder aufgetaucht ist schon erstmal kam ja so viele andere charakter ja schon hier sie muss ja noch sie muss ja noch irgendwann in der gacha dann hier sie sie muss noch in der gacha ist sie gar nicht wo ist sie hier die mit der toten schwester er muss noch in der gacha kann auch ewig damit sie kommt was gut ist dann heißt dass ich kann auch sparen die nächste gacha hat wieder nur alte charaktere so wie ich da verstanden habe ja irgendwie kurze weile haben sie jetzt immer alle 20 tage neun charakter gemacht jetzt scheint wieder zu ändern kann ich gesagt recht kann ich mehr sparen danke ich weiß ja genau ich versuche stetsend ich werde es bleibt so es bleibt es gibt was das ist es ist wir können es faddy das ist nicht es geht ich glaube es ist es ist ich habe es noch hier alles okay du hast alle diesen ort webern auftrag ziel erreicht okay habe ich irgendwie ein drang ball erinnert hier hat sie das ritual mit dem mit dem super gott ritual wo alles im kreis bilden müssen damit zum gokir den super sergeant gott wird dadurch gar irgendwie so jetzt passt auch sie hat weil sie hat auch rote haare dann wissen sie es jetzt vorbei das ist doch das ist doch schon mal was noches war abyss tono kessen momi ist der krieg des nachwächters ist in nächster zeit vorbei Ja. Abyss hat sich wegen der Schmerzen von Abyss gegeben. Und er hat sich schon lange geblieben. Ich möchte, dass ich mich hierher und ich, um die Freiheit zu geben. Wenn ich mich so schnell, würde ich sagen, dass ich es immer wiederum. Die Abyss- und Abyss-Geräusche werden, muss ich auch schon wieder zurückkehren. Ich habe mich immer noch interessiert. natürlich komme ich meine schwester bei menschen ich kann bei ungerechtigkeit nicht einfach so wegstehen wegsehen Ja, das ist ein bisschen außerdem muss das spiel noch geupdate dieser inhalt ist noch gar nicht vorbei wahrscheinlich mal jetzt noch schlafen gehen ein treibstoff genannt schicksal ja ich möchte sagen jetzt richtig okay oh ja es kommt bestimmt wieder so ein kleiner cliffhanger oder so ne ich weiß wie hat hier abläuft mittlerweile aber nein wir reden jetzt schon über die quest alles klar wenn ich auf die spannung treiben ja ok ich hatte kein teil klein besorgen ist über den tod von wick aber wir wussten noch nicht stimmt ja wusste man nicht mehr gibt noch ein schon um jetzt keine uns mehr geben die einzigen die noch übrig sind ja und die zahlen ich kann es kaum erwarten bis sie kommt so kommt ok jetzt mal auch zurückbekommen ich kann den ja Herrlich! Hey, hey! Ich bin wirklich ein Wunderbarer. Ich bin wirklich ein Wunderbarer. Ich bin echt interessant. Ich bin ein Wunderbarer. Ich bin wirklich ein Wunderbarer. Oh, das ist gut. Ich bin so, dass ich mich nicht so gut verletzen kann. Wenn ich mich so verletze, dann kann ich mich nicht wirklich an den Komei geben. Ich werde mich immer an den Komei geben. Ich werde mich an den Komei geben. Ja, ja. Aber was hast du für die Komei-Komei-Komei-Komei-Komei? Ich bin nicht so, dass ich nicht so, wie ich es. deine reise fort die antiken helden die Also ich bin mir dabei ein bisschen überrascht. Ich habe mir mir keine Angst, dass ich in der Resslinge nicht noch nicht gewinnen werde. Das ist mir überrascht. Nämlich, ich glaube nicht zu sagen. Ich bin mir einladen, dass ich mich nicht mehr vergessen werde. Okay, ich bin jetzt nochmal. geopfert jetzt mal hat sie auch diese flamme eingesetzt hat irgendwie ihre sachen alle hier so opfert hat gerade gemacht irgendwie hat sie noch mehr irgendwie verloren nur so was in der art ist das gerade passiert dafür oder ob es das ding auch Okay oder war denn da habe ich doch schon mal gehört das ist eine stimme und geriert haben das ist ein Es ist nicht so, dass ich die Kraft für mich. Ich habe die Kraft für mich. Wenn ich die Kraft für die Kraft bekomme, dann muss ich mich nicht bezahlen. Ich habe die Kraft für die Kraft für die Kraft. Aber es wird nicht gefährlich sein. Der Leben der Menschen, der Menschen gefährdet werden. Wenn man diese Kraft bekommt, wenn man ein wenig schützt, dann wird man ein paar Menschen verdient. Das ist die Regisse. Wenn man kein Land für Abyss hat, Ich kann mich nicht mehr überraschen, was es nicht möglich. Wenn man sich die Veröffentlichung und die Veröffentlichung vorst, dann kann ich nicht mehr und mehr an sich zurückkehren. So, dann will ich dir, diesen Schritt ein. Aber ich bin nur der Einfluss. Ich kann nicht nur die Gefühle sein. Was soll ich tun? Ich habe mich überrascht. Wenn ich jemanden fragt, dann würde ich sagen. Ich bin nur ein Wunderschön, und ich bin nur ein Wunderschön, für mich. Ich bin nur ein Wunderschön, das ist nicht egal. Es ist gut. Ich bin nur ein Wunderschön, das große Herzlichen Wunderschön. ich habe das geschenk des herrschers der nacht empfangen er möchte dass ich mit ihr in die letzte schlacht ziehe abyss das kuya dami noch kuni noch sarni ok soko war kann zenni abyss noch schickern die schicht so leo komponkana kai kitz sie märk o schufku china da da sind wir konno saki mo kioi ni obi na Das ist das, was Nata-Zin-Geräusch zu sehen. Das ist das, was Nata-Zin-Geräusch zu sehen. Ich kann nicht nur ein paar Jahre lang, sondern ich kann nicht nur die Realität nicht mehr. Aber ich möchte, dass ich das Volk-Zin-Geräusch habe. Wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich das Leben. war mann und so steht was sie gar nicht an ochino seien nie alle weil noch ziemlich dacat komega kanzler kereber was ist oder daco da da muss man ja ja harry kimi niske dati und erweitert die ohne der auferstehung wieder motto nie modot hat war ja da mir noch nie gar bis nicht schock sein Das Problem ist, dass ich noch nicht beantwortet habe. Aber wenn ich die Kraft von Kamukura verwendet habe, hat sich die Kraft von Yagami in der Welt verwendet worden. Das ist aber sehr wichtig. Ich glaube, dass ich von Yagami eine besondere Begegnung habe. Ich glaube, dass ich nicht in der Welt zurückgekehrt habe. Ich glaube, dass ich nicht in der Welt zurückgekehrt habe. müssen abyss war kong kazu da ich bin eigentlich noch nie palmer gesteuert Oh, man. noch mehr irgendwie nicht glaube ich keine fragen und sehen wir uns wenn es weitergeht ich wusste ja kommt noch irgendwas ich wusste ja kommt noch irgendwie so ein kleiner cliffhanger oder sowas okay wo ist das jetzt haben wir einen bestimmten regenbogen wo war das gerade so ist das schon wieder weit bekommen ich weiß schon wieder nicht wüttert war ich letztens auch schon die ganze zeit überbekommen das ist nicht okay dann war es das war hier sind wir sind direkt hier es war eine liste mit den namen der verstorben alle von denen die da geschrieben die sie betrauen viel von ihnen sind dir bekannt war ich da wie charlotte und zwar nicht und sagt ok gut das war ziemlich krass wenn ich ganz ehrlich bin mir hat gefallen da war ein cooles ende und ja ich werde definitiv in zwei parts ja ein time weil ich jetzt nicht einen vierstündigen party hochladen will und da war ich jetzt nicht hier war ja nicht eine stunde lang wieder ja ein bisschen langsam und nicht so viel action und dann hier voll die mega action am ende so jetzt kriege ich glaube ich das hier warum war ich das schnell erledigt habe und wollte ich noch lange wirst du noch zehn tage dann werde ich das hier irgendwann da kann ich jetzt die derzeit machen warte ich will da hier na gut dann würde ich sagen so in der nächsten woche oder so will ich dann irgendwann die stammes chronik machen also salonens quest wie sie müssen wir ja auch noch mal an testen ja aber ich würde sagen machen wir dann wenn wir irgendwann hier den request machen innerhalb von zehn tagen so lange wird sie ja noch hier sein wenn ich dann irgendwann machen muss jetzt irgendwie versuchen innerhalb von zwei tagen dieses event jetzt schaffen da wird ja wohl nicht so lange dauern die sind normalerweise war voll schnell ich das ja so ein online event habe ich noch gar nicht versucht zu machen aber ja ich fand da ziemlich cool war jetzt ziemlich krass naja ist eine menge passiert viel action und ist noch nicht das ende des von netlen wie ich mir schon gedacht habe aber da war ein cooles ende war ein cooles final was hier alles passiert ist und ja gotcha gibt es jetzt ja leider nichts mehr wir brauchen nichts gotcha und ich habe keine punkte da tut es jetzt gerade nichts mehr aber muss ja auch nicht immer gut also mir hat spaß gemacht er war erst mal wo ich bock gehabt habe hier ausgezeichnet ist vorbei wie gesagt werden zwei parts einteilen damit wir jetzt nicht in vierstündigen part haben dieser part wird hier am sonntag kommen dann das gleiche für heute haben ich glaube den 17 18 19 hintermüssen hat dann sein ich bin mir nicht sicher und ja dann sage ich wir sehen uns dann wenn wir axelon ins kwestia machen weil die müssen wir ja auch wieder zeitmäßig machen wegen belohnung und so ne und ja da ist der auftrag kommt auch noch dem muss man auch noch erledigen genommen ich bin auch noch gar nicht versucht nach kommt alles noch mal in zielo ins quest irgendwann na gut dann sag ich ja gut ich hoffe euch hat der part gefallen wenn er hinterlassen liken aber auch ein kommentar würde mich mal freuen ob ihr irgendwie ja sagen könntet ob euch das lieber ist hier ganz schön als part oder als stream zu sehen wir machen irgendwie für mich sagt irgendwie gemütlicher das let's play auszubringen anstatt ein stream weil ja wie gesagt dabei jetzt wieder hier ungefähr vier stunden der datei ist wenn ich das jetzt ja alles auf einmal gestreamt hätte dann wer hat jetzt hier wieder vier stunden am stück und ja bei genshin bei soviel dialogen es hat manchmal ein bisschen anstrengend ich meine wir hatten eine menge action und menge abwechslung am ende gehabt zum glück aber da ist ja auch nicht mal zu garantieren ich hatte ja keine arbeit wir jetzt hier so ein geiles ende bekommen von daher ich kann ja nicht immer garantieren das hat irgendwie der fall sein wird von daher kann ich hat ja nicht wissen weil soweit fand ich gemütlich habe irgendwie so erste anderthalb stunde habe ich an einen tag aufgenommen da habe ich gesagt so schon wieder so viele dialoge ich brauche pause dann kam ich heute wieder habe weiter aufgenommen und ja dann kamen und so richtig die action das war gut ne das hat spaß gemacht so muss hat immer sein gut als war dann sage ich dankeschön für zuschauen ich hoffe euch hat diese folge fern gehen wenn ja dann hinterlasst einen like einen abo oder einen kommentar um den kanal weiter zu helfen weil jedes einzelne von diesen dingern hilft den kanal und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder mit salonens story quest dann irgendwann dankeschön für zuschauen schau